Heute machen wir eine kombinierte Fahrradtour und Wanderung auf den Gangsaatoppen. Wir sind jetzt schon eine Stunde unterwegs, die Fahrräder parken da hinten und jetzt geht es hier steil hoch. Oben soll es eine schöne Aussicht geben, wir werden berichten. Gestern waren wir da drüben auf dem Berg bei dem Fernsehturm, heute auf der anderen Seite. Und von hier hat man einen schönen Blick auf den Hafen und auch auf Barabbas. Aber da muss man gleich, glaube ich, das Teleobjektiv rausholen. Und das ist der Industrie-Teil, da hinten sind auch noch Jachthäfen, aber kaum Gäste, Liga und keine sanitären Einrichtungen. Obwohl dieses rote Haus in der Mitte, naja, im Hafenhandbuch steht nichts. Oben auf dem Gangsaustoppen hat man eine schöne Aussicht auf Haarstadt. Und grüht er ja da drüben und sind ja in der Ferne. Und man kann den Hafen einsehen und da liegt auch rechts gegenüber von diesem grünen Arbeitsschiff, da liegt Barabbas.